in die runde herzlich willkommen zu games live freitag wochenende ist freunde wochenende ist ja ich muss ja nur ganz kurz mal mein provisorium noch so ein kleines bisschen muss meine maus mein kleines provisorium hier so ein kleines bisschen machen wohl eigentlich geht es eigentlich geht es geht es geht es geht ja grüße euch ganz herzlich an diesem freitagabend live auf twitch und das schon der letzte stream in dieser woche so schnell kann das gehen ja dienstag mittwoch donnerstag freitag ich hätte gerne auch den dienstagabend frei gehabt gestern abend habe ich mich im übrigen bis ich glaube halb eins damit beschäftigt erst mal rtl plus durchzugucken nicht ganz sagen wir es mal so aber zumindest wie soll ich sagen um eine mal eine male die wer wird millionär jubiläumsausgabe zu gucken wer hat ja 25 jähriges gefeiert das habe ich ja hier aber der tv ja schon zelebriert und da gab es ja noch eine neue ausgabe von stefan raab und das war ja auch schon ziemlich nice die auch mal wieder zu sehen und nebenbei halt einfach noch gezockt weil ich weiß ja viele sind damit unzufrieden und so langweilig und so ich kann es verstehen also in gewissen punkten zieht sich das hat so ein bisschen wie ein gummi wie so ein kaugummi aber am ende ist es dann natürlich so wenn geradewegs die spiele halt dann kommen und du weißt gut die ist bisher kandidaten hat mit dabei die dies jetzt irgendwie nicht sagen wir mal wo viele jetzt sagen würden die bringt nicht mehr und ich meine wenn sie nicht bringen dann bringen die es halt nicht was willst du machen was willst du machen was willst du da machen und naja deswegen gibt es jetzt deswegen schaue ich trotzdem also ich meine ich muss mal ganz kurz hier ich habe hier so eine schöne ich musste ein bisschen an einem der webcam stative etwas machen denn mir ist ja während des umbaus ich habe ja hier jetzt ja monitor halterung und so ist mir eins meiner stative kaputt gegangen ja eines meiner webcam stative ist schrott ich habe es notgedrungen entsprechend reparieren müssen mit entsprechendem kleber und so weiter und habe jetzt auch vor am wochenende ein bisschen sagen wir mal heimwerker technisch hier im haus etwas zu machen so ein bisschen weiter ich habe nämlich bemerkt so durch bauarbeiten die es jetzt hier in der umgebung gab und durch lautes fahren von lkw und traktoren es ist im übrigen wieder soweit hier in meinem ort gibt es im übrigen ja eine zuckerfabrik und wenn ich raus gehe ich halt natürlich den gestank dieser zuckerrüben oder genauer gesagt was die zuckerfabrik nämlich ausstößt und das ist ziemlich man gewöhnt sich dran also ich wohne jetzt fünf jahre hier und ich sag man gewöhnt sich dran man gewöhnt sich dran aber mal abwarten so holonite steht an ich habe das jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt denn es ist jetzt auch irgendwie wochen her dass das spiel hier stattgefunden hat und ich habe ja eigentlich ja auch mal gehofft dass das ja entsprechend vielleicht ja in zwei stunden stream vom vergangenen samstag ja auch irgendwie auftreten wird es ist aber leider nicht so der fall gewesen deswegen ich dann ja natürlich gesagt habe schade und deswegen haben jetzt ja so einige spiele die jetzt nicht im zwölf stunden stream waren jetzt zwei davon natürlich fliff und holonite diese woche dran nächste woche wird es natürlich wieder anders aussehen da könnt ihr euch den wochenplan dann spätestens am montag vormittag entsprechend euch antun so dann wollen wir langsam ich weiß nicht ob wir langsam loslegen wollen muss ich mir gerade ganz kurz hier mal gucken wenn ich gerade ein bisschen was auf ja genau um noch mal auf die gestrige werwelt millionär ausgabe zu kommen ach guck mal ich habe noch nicht mal so ne tim melzer auf freds entsprechend gepostet er hat selbst natürlich auch noch gezockt das war gestern im übrigen eine sehr interessante show denn es waren auch noch elias embareg und mozzi mabuse da die drei haben für einen guten zweck gespielt und es gab sehr interessante kandidaten aber wer sich selbst gerne angucken will der kann das gerne machen ich bemerke gerade echt dass meine meine kamera ist sie etwas zu jetzt ist glaube ich besser genau jetzt ist glaube ich besser der kann sich gerne mal antun und zwar nämlich auf rtl plus wie gesagt kann man sich ja noch für gut eine woche noch angucken rtl plus nutzer hatten ja die die besondere ehre ja schon vorher zu gucken ich habe es halt auch vor der ausstrahlung noch geguckt gestern abends so gegen 19 uhr oder so habe ich angefangen also eine stunde bevor es halt natürlich dann in die sendung also bevor die sendung dabei rtl gelaufen ist viele gucken ja halt auch kein fernsehen mehr viele sagen ja ich gucke der plus oder streaming oder so das gibt es ja halt auch entsprechend im übrigen möchte ich auch mal sagen heute ich hoffe heute denn am montag kommt denn heute sind die neuen 8 bit dos controller für pc nämlich entschieden die ganz neuen das kann ja eigentlich auch noch mal ganz kurz zeigen moment 8 bit dos controller und zwar nämlich die ganz neuen die welche mir empfohlen im übrigen apropos es gibt ja jetzt ja controller für die n64 die sind ja jetzt ja auch rausgekommen vor einigen tagen und außerdem arbeitet ja analog die ja unter anderem auch den also die ja noch also alte bekannte konsolen hier genau der analog 3d ist nämlich rausgekommen das kann ich euch auch noch mal bilden neuen tab wollte ich gar nicht suche dankeschön ja der analog 3d ist nämlich rausgekommen das ist nämlich halt eine an n64 ja eine n64 also wer n64 spieler hat aber keine ich sag mal n64 selbst der kann ja natürlich darauf ansparen ich weiß gar nicht wann das rauskommt steht es hier irgendwo so sieht das ding halt natürlich aus mit dem 8 bit dos controller also der sieht halt richtig cool aus man sieht das kann ich noch mal hier zeigen wenn man sieht zeit b und a halt auch die tasten die 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 c tasten sind mit dabei start natürlich mit dem großen button und dann natürlich auch noch drei knöpfe und schultertasten und alles also richtig gut gemacht ich glaube selbst damit würde man eher glaube ich lieber n64 spielen als mit dem klobigen n64 controller ich weiß wie das ist ich habe ja selbst n64 gespielt und besessen habe ich nie und das ist halt das kleine ding was wahrscheinlich bestimmt so um die 100 euro kosten wird also so sieht das halt aus man kriegt sind schwarz und in weiß ist aber wie gesagt noch gar nicht draußen beziehungsweise ist das angekündigt worden und hier sieht man es auch noch mal und ja wird natürlich ja dann bald rauskommen hier sehen wir auch noch mal das betriebssystem 3d os was natürlich auch mit dabei ist es gibt ja wie gesagt ja von analog ja auch den da bin ich ja eher so derjenige der sich das mal gerne mal angucken will ich muss mal gerade mal gucken die produkte und zwar nämlich genau den hier nämlich den analog pocket nämlich das ist halt einfach ein handheld mit dem du halt nicht nur gameboy spiele spielen kannst sondern auch natürlich andere spiele gameboy gameboy color gameboy advance spiele aber auch natürlich andere spiele wie sega game gear zum beispiel und viele viele mehr also da gibt eine ganze möglichkeit das ganze hinzubekommen also ich meine hier vor allem gameboy spiele es gibt wie gesagt adapter dafür die man sich holen kann hier zum beispiel atari lynx neo geo turbo graphics 16 und game gear wenn ihr wollt dass sowas mal bei gameboy time thema wird die sache ist die das ding ist schweineteuer so viel geld habe ich leider nicht um es mir zu holen aber natürlich gibt es webseiten und natürlich auch andere ressources wo man natürlich so ein bisschen was recherchieren kann ein bisschen was für eine sendung aufbauen kann wer bock darauf hat auf die künftige gameboy time ausgabe der kann es ruhig gerne mal machen zum beispiel auch fürs musik machen zum beispiel das ist halt auch ziemlich nice und natürlich die verschiedenen anschlüsse das auch noch mal ganz kurz gezeigt aber ich wollte geradezu einen ganz anderen punkt denn ich habe das möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen jetzt muss ich noch mal schauen wo der controller nämlich ist ich weiß gar nicht welcher das jetzt genau ist ich glaube der hier ne genau ähm nicht bluetooth nicht bluetooth nicht bluetooth nein nicht bluetooth nix bluetooth nix bluetooth latest products muss ich gucken welcher ist es glaube ich genau der hier müsste es sein ne nicht der aber das ist immer so moment ich mache es mal anders wo ich kann es ja anders zeigen moment dafür gehe ich mal kurz auf amazon da habe ich dir nämlich vorbestellt und der kommt bei mir erst am montag der ist heute rausgekommen kommt aber kommt aber bei mir für mich am montag also es steht immer noch zustellung am montag und das ist das lustige dabei aktuell auch derzeit nicht auf auf lager was ich auch sehr lustig finde also angeblich soll der montag kommen und wenn der montag nicht kommt dann werde ich sauer dann werde ich sogar dann bin ich dann bin ich dreist dann werde ich die bestellen die vorbestellung stornieren wenn ich das kann also das wird es natürlich geben also lustigerweise die tage vorher war natürlich verfügbar das besondere dabei ist es ist kein bluetooth controller sondern halt ein einfacher wireless controller ihr seht es gibt halt ein usb stick mit der natürlich dann mit dem controller connected ist und dann spiele ich mit dem anstatt mit dem xbox one controller warum ihr wisst ich habe bluetooth kopfhörer auf wenn ich hier streame ich kann mich etwas freier bewegen weil ich auch nicht ein ansteck mikrofon habe oder so also ich kann zum beispiel ganz weit weg gehen und so weiter und ich habe ja mein xbox one controller der läuft auch über bluetooth das problem ist aber wenn ich die bluetooth kopfhörer auf habe und dann den controller aktiviere habe ich meistens das problem dass das ist halt eine ich sag mal ein konflikt zwischen den beiden gibt also das bedeutet dass ich dann dass ich dann entweder die kopfhörer ganz kurz ins case zurückstecken muss um dann entsprechend das zu benutzen also um den controller anzuschmeißen und dann wieder die dingens zu benutzen also es ist immer wieder ein bisschen kompliziert und deswegen habe ich schon wieder das gefühl dass es ein bisschen krumm ist warum hallo ja so jetzt wieder gerade so sieht es nämlich aus ja und eventuell also ich sage jetzt nur noch eventuell ist das heute die letzte session die ich mit diesem controller hier aufnehmen natürlich werde ich noch pokémon im übrigen aufnehmen so pokémon omega rubin montag gibt es ja eine neue folge wieder auf youtube und auf der tv die da könnt ihr gerne reinschauen habe ich kein problem damit und ja ich würde mal sagen wir starten direkt sofort los mit holo night sind aber jetzt mal langsam zeit das los gestartet wird und deswegen mache ich jetzt mal die mucke aus also so viele fenster schließen so ich habe doch auch noch das gamefenster offen glaube ich nicht so da wollen wir jetzt auch mal starten wir haben jetzt genug geschnackt heute außerdem auch noch ein paar minütchen früher warum auch nicht es besteht ja die möglichkeit muss das im übrigen auch noch einrichten deswegen nicht wundern wenn ihr noch nichts sieht denn durch die umstellung wie gesagt auf ich habe ja jetzt ja wieder ein altes stativ genommen halt ein altes halbes kaputtes was ich notgedrungen reparieren musste ist es natürlich so wo ich muss das mit dem okay dann könnte ich glaube ich das spiel ein bisschen größer machen oder nee nicht nee das muss ich nee jetzt muss ich es anders machen da muss ich es jetzt anders machen da muss ich doch mal aufs spiel umschalten moment da haben wir es ihr seht diese lücke hier die muss ich schließen und deswegen wollte ich das jetzt so leicht ich mache das anders kommen das gameplay da haben wir es da habe ich es dann nämlich besser in der kann ich es besser greifen so ich weiß jetzt echt nicht ob das jetzt auch eine linie oben ist aber zumindest ist es jetzt ein kleines stückchen größer aber naja ups das muss natürlich so sein ja das ist das ist etwas was ich was ich sehr hasse was ich sehr sehr hasse ja läuft jetzt nicht mehr läuft jetzt nicht mehr ich darf nochmal ich darf nochmal gameplay einstellen nee dann löse ich den ordner auf alter dann mache ich das ey das ist doch wohl das ist ist das eine krankheit bei obs oder was ist los so holo night gameplay ich wusste es warum ich das vor dem stream nicht gemacht habe kritisiert mich dafür bitte nicht liegt halt einfach daran dass ich ähm äh die äh die zeit nicht dafür hatte ich habe ja heute mich noch mit anderen sachen herumprügeln müssen weißt du was dann machen wir das folgendermaßen äh so ich sehe das echt nicht ne aber ich stelle es so ein bisschen nach unten machen wir alles so ein kleines bisschen nach unten Kamera kommt auch so ein bisschen nach unten und wird einfach vergrößert so und das holo night logo kommt ein Stückchen nach unten so jetzt haben wir es ein kleines bisschen verbessert ne den ein oder anderen vielleicht sogar verschlimmbessert I don't know so wir können direkt natürlich das spiel starten ich habe ja jetzt nicht so großartig viel verändert im übrigen wenn ich ähm hier schon so äh schön sitze dann ähm habe ich es jetzt nicht geradewegs mittig weil dann müsste ich so sitzen aber deswegen wenn ich jetzt so äh einfach mal ein bisschen schiefer schiefer sitze ne dann ist es halt auch ein bisschen besser weil die monitore sind jetzt etwas auseinander eigentlich war ja mein ursprünglicher Plan dass die beiden genau auf einer Linie sind die Sache ist die es sind zwei verschiedene Monitore aber von dem einen und denselben Hersteller nur der eine hatte jetzt halt nicht die entsprechenden ähm sagen wir mal Möglichkeiten es direkt anzumontieren an die Halterungen deswegen ich einen Adapter kaufen musste kam gestern habe ich gemacht ich habe mich ziemlich dumm angestellt außerdem ist der bei einem nämlich noch ziemlich locker da muss ich auch ein bisschen aufpassen dass ich da nicht dran komme aber sonst ist wie gesagt alles möglich und alles hat funktioniert also ich musste halt deswegen auch die Monitore tauschen und so aber ist ja kein Problem so wir starten los es geht weiter genauer gesagt wir haben ja jetzt ja auch eine neue Gegend unter anderem ja ähm äh uns erkunden erkundet nochmal für mich mal das Spiel mal ein bisschen lauter ihr werdet es auch ein bisschen lauter hören und äh da können wir jetzt natürlich wieder hingehen muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen das war hier nochmal stimmt hier war der Shop ne Barfennader ja äh Kokonnadel du hast du diese wunderschönen blauen Kokons gesehen ich habe diese Nadeln gefertigt damit du den Überblick über diese behalten kannst die Kokons sind hübsch aber empfindlich also sei bitte vorsichtig mit ihnen äh Verkäufernadel Hirschkäfernadel ähm gehen wir mal demnächst mal wieder rein wir bräuchten auch natürlich noch ein bisschen Money Money oh ist mit ihm hier Rudort warum schleißt du äh schleißt du in den Schatten herum äh ganz recht du hast schon richtig gesehen ich bin der Zote der Mächtige ein Ritter vom großen Ruhm erzittere von mir während du dich in deinem anderen kleinen Dorf versteckt hattest okay gut ja das stimmt das ist ja die Geschichte hier genau so ähm da wollten wir jetzt nicht hin wir müssen ja in den großen Raum das ist ja hier quasi der Bahnhof ne deswegen bin ich ja jetzt ja wieder dahin gegangen ne genau hier so wir reisen und zwar nämlich wieder nach Grünweg da waren wir ja das letzte Mal als wir es äh ja endlich mal geschafft haben waren wir endlich da und haben es ja endlich geschafft in Grünweg ein bisschen was zu machen haben aber gewisse Dinge nicht hinbekommen ähm das weiß ich noch so ungefähr ne also unter anderem glaube ich waren hier auch äh muss man grad mal schauen genau hier muss ich jetzt auch ein bisschen aufpassen das heißt war die muss ich erstmal wieder ich muss mich erstmal wieder gewöhnen ne so hier sind glaube ich ne genau hier sind ja diese oha alter alter der haut mich der haut nicht voll der haut mich voll weg ne wir natürlich auch bemerkt hat habe ich ja in der äh beim letzten Mal alter ja komm her oha spuckst du aua oh ne ja gut dann oh der bemerkt mich direkt das mag ich auch nicht alter ne ok gehen wir weiter oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh nein scheiße das war ein schlechter start aber man muss sich ja erstmal wieder einkriegen nix mehr alles weg meine 1600 geld fuchikato ja ich glaube ich müsste eigentlich äh hollow knight jede woche spielen ähm damit wir überhaupt mal richtig weiter kommen ne so grün weg so da hole ich mir jetzt mal mein kohle wieder das problem ist halt erstmal setze ich mich mal hier hin dankeschön so hätte ich einfach nicht hingehen müssen ne hätte ich einfach nicht hingehen müssen nein war die so ne ist das nicht ok ist er oh Gott ja gut ich hab alles wieder deswegen überspringe ich die jetzt mal oh ne oh ne alter alter geht doch alter der hat sich hier reingebuckt btf der hat sich hier echt der hat sich hier echt what the fuck der hat sich hier echt reingebuckt lol lol der hat sich hier reingebuckt der hat sich da reingebuckt bagge bagge kuchen oh Gott krieg ich den nächsten auch noch weg ich glaube nicht ne alter einfach mal reingebuckert bam bam komm her komm her alter oh 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 ne oh ne 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 äh äh nix da junge nix da alter können wir nochmal probieren da komm her komm vielleicht kriegen wir es mit dem yo komm back dich hier durch bagge bagge kuchen alter eul da oi 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 das ist die einzige Taktik die ich hier gerade so wegs machen kann oh 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 was war hier stimmt wir haben ja jetzt ja auch wieder ne aktualisierte Karte ne vergessen ne Wegkreuzung ok ah hier war genau hier war ne stimmt ja dann gehen wir mal da oben na gut hier ist nichts besonderes nun gut nun gut ist hier was besonderes auch nichts gehen wir mal hier hoch so so das stimmt oh ja jetzt erinnere ich mich wir haben das letzte Mal ja hier wirklich stundenlang gebraucht um ähm ihn zu töten oh Gott ja war das ne Farce ne wie oft bin ich gestorben ja sehr oft deswegen so ups ziemlich weit gefallen äh tief gefallen so zumindest jetzt wieder voll mal schauen wo es hingeht wir haben ja auch beim letzten Mal ja jemand geheimnisvolles ja getroffen ne müssten wir eigentlich da zurückgehen ne eigentlich schon ne überall lasse ich diese Münzis liegen was ist mit mir los ne noch mal genauer gucken ach doch da muss ich da runter ja so runter dann hier ne äh ah nicht oh Gott ich tue es mir wieder an ne sollte ich natürlich nicht uah ja oh Gott das ging aber oh Mann bin zu lahmarschig ne ich krieg das Ding nicht verdammt da krieg ich wirklich nicht da muss ich hin ne oder ein guter Zeitpunkt würde ich sagen ein guter Zeitpunkt wäre es erstmal zu speichern ja ups die hat Schild kaputt gemacht so wir können aber ein bisschen weiter gucken na komm speichern wir erstmal haben das ja an einer Möglichkeit haben wir das ja ne ich will mal weiter unten gucken so jetzt mal gespeichert vielleicht brauchen wir dennoch mal so ein paar Sachen oben aus dem Shops ne oha oha o o stimmt müssen wir aufpassen die explodieren ja ähm ja stimmt es geht weiter runter ne genau wow da hab ich jetzt nicht drauf aufgepasst da auch nicht aber gut zu wissen dass da oah fleischfressende Pflanzen sind ne oh da gibt es erstmal ein Raid da mach ich erstmal Pause und da gibt es jetzt ein Raid hallöchen und danke erstmal Kirby Star 2 fürs Folgen willkommen bei der echo TV müsste gleich kommen genau da ist es jetzt ja ich hab ja jetzt ja zumindest bei den Games Formaten immer äh ähm 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 äh danke schön für deinen Follow willkommen bei der echo TV ja ist ein tolles Spiel wurde mir empfohlen wurde mir sogar geschenkt und ich hab gedacht okay gut ich spiel das hier im Stream ähm was gab's bei dir denn eigentlich mal so gefragt im Übrigen Ayuki-Chan auch Teil der Hanafuda Crew schaut gerne mal rein auch bei den anderen Leuten auch Hollow Knight uh ja ich muss ja gestehen erstes äh erstes Ending uh erstes Ending ja bei mir ist noch äh Bagel äh mehr sage ich nicht gut ich wollte schon sagen eigentlich es ist eigentlich auch mir Schnuppe mit den äh Endings äh beziehungsweise mit den ähm mit dem Spiel an sich weil äh ich spiele es gerne also ich hab's lieben gelernt das Spiel ich hab's wirklich lieben gelernt das Spiel und ähm ja ich genieße es also immer wenn ich dann spiele dann wow alter nochmal Dich hau ich weg ne ja es ist echt sehr gut mir wurde es wie gesagt empfohlen uh nice zum ersten Mal jetzt mal so ein fleischfressende Pflanze mal kaputt geh mal und schnell weg ne Problem ist halt ich nehme mir dafür sehr wenig Zeit im Stream ach stimmt ich genau ich muss ja hier ah ah ne Moment Aua wow wow ne guck mal da an was an was sieht man das wohl dass da eine fleischfressende Pflanze ist also bitte danke danke schön hol ich mir erstmal hier schöne Münzis man ne man ne man ach doch jetzt noch ein Stückchen hier runter ne genau ich hab ja hier nicht alles mehr auch so schön angekommen oh scheiße da muss ich aufpassen da darf ich nicht dran genau da darf ich nicht dran das ist auch zu gefährlich ne vergessene Wegkreuzung ne aber es ist ja sehr schön oha ja und tot aber ich bin dann auch im Lurk viel Erfolg dir danke schön vielen vielen Dank ok ok weiter komme ich nicht ja ich haue mich noch ich bringe mich noch mal um gut also hier komme ich noch gar nicht weiter ich brauche hier bestimmt für irgendetwas besonderes um da weiter zu kommen können wir hier unten nochmal gucken betrachten von Moos und Blättern kommt unser Leben solange sie am Weg wachsen werden wir niemals welken ok ich bin auch so blöd und laufe rein ne ja mal geht es nicht von da ganz unten Moment äh Moment geht ja gar nicht mehr stimmt und eieieieieieiei hallo hallo ha doch da tähä hat die besplint oha ist so verrückt ja tropft es schön hier ist nichts besonderes ich gucke mich halt hier gerade nochmal ein bisschen um nochmal rein zu kommen weil das ist ja auch noch ziemlich wichtig deswegen sage ich ja dem Spiel gebe ich zu wenig Aufmerksamkeit im Stream wo ich ja auch von diesem Spiel ja so schwärme ne ah ich weiß jetzt wo ich bin ah ok ich weiß wo ich bin ich weiß wo ich bin da weiß ich jetzt wo ich bin genau Moment stimmt uah alter kommen wir schon mal weg ähm stimmt Moment so Alter ja ich muss mich wieder dran gewöhnen gut dass man keinen Fallschaden kriegt dann wäre ich schon längst tot ne dann wäre ich schon längst down wie oft ich hier schon verloren hätte ne aber ich liebe das Spiel einfach mal schön alles herausfinden ne was ja halt auch richtig cool so das stimmt hier ne da oben ist ne Bank genau so kommen wir nochmal speichern und uns ausruhen so genau stimmt die Speicher äh Speicherplätze sind ja so erinnere ich mich jetzt langsam boom ich wollte eigentlich da hoch ich wollte eigentlich da hoch so so ist nicht euer Ernst ne oh so ging es hier nochmal hin alter man mann 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 lebt der noch tatsache den habe ich aber mit einem schlag weg gehauen war ich nicht oft nee da ist nix aber da komme ich auch nicht mehr hoch ne ich weiß an welcher stelle ich glaube ich muss ok alter hat sich eins schon wieder da rein gebackt also heute haben wir sehr viele spiel kriegt keine updates mehr hier war ok noch mal gucken ok hier ist die abbiegung eigentlich auch falsch ich müsste eigentlich jetzt nicht ganz ehrlich bin und da komme ich nicht weiter da unten auch nicht ich müsste dann da hoch ne ich habe doch den stimmt ich habe doch beim letzten mal noch jemand anderes verfolgt ne euch erinnern könnt da habe ich ja noch jemand anderes verfolgt ich habe ich nicht bemerkt was glück gehabt bleibt am leben außer ich bin zu blöd und fliege wieder heim fall hier wieder runter wie tief wie tief kann war die nur fallen ja so ich sollte mich mal aufladen zumindest vier stück alter sonst passe ich wieder nicht auf und aua ja passe ich wieder nicht auf ne alles für geld da habe ich nur noch ein so hoch stimmt hier geht es irgendwo lang wo ich moment ja doch aha komme ich ja auch weiter stimmt so wo war das noch mal Nein! Ich habe das Glück gehabt. Da war ich diesmal eigenverschulden. Das war diesmal selbst eigenverschulden. Aber sowas von. Das war eigenverschulden. So. Da müssen wir hier lang. Ich will einfach mal weiter gucken. Ja stimmt, Hornet. Oh Gott, ja. Alter! Warum treffe ich dich nicht? Wow! Alter! Wer ist schlechter? Bist du Pr könnte. Diese Legge? Poste insвал ich jetzt! ja alter verdammt da habe ich selbst nicht aufgepasst alter nein kaka nach mist da war ich zu gierig ist eigentlich spiel laut genug weiß es gar nicht es kommt so vor dass es zu leise ist manchmal ein kleines bisschen lauter müssten halt nur im chat bescheid geben ob es eventueller weise sagen wir mal laut genug ist beziehungsweise zu laut ist so 1800 münzen wieder geld was auch immer wir waren gut wir waren gut wir haben erst nicht getroffen oh man alter ach man nein schon wieder verkackt man oh was regale nein oh nein nein auch man schon wieder aufgepasst wollte gerade aufladen mensch auch meno käse überbacken auf toast ist gerade mal ganz kurz was nachgucken weil so oft wie ich jetzt auf den auf den tisch drauf ist gerade mal ganz kurz was nachgucken nichts hält gut ja das ist mein provisorium für die webcam im übrigen weil ihr habt es wahrscheinlich immer wieder bemerkt dass ich die webcam immer justieren musste jede bewegung die ich halt mache am tisch tisch also mal naja gut ich weiß ja zumindest ist das aber wir werden besser leute wir werden besser so ok alles knacken lassen schlückchen trinken noch mal neues rein glück 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 gl sein sollte. Gebt mir bitte Bescheid, ne? Warte mal, warte mal. Radaman? Was? Den, den, den ist Radaman. Nein. Oha. Alter. Nein. Äh, äh. Nein. Das ist nicht veräppelt. Nein, schon. Ah. Wieder drauf reingefallen. Haha. Nein. Oh, f***. Nein. 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 Gottverdomme. Gottverdomme. Das gibt's doch nicht. Nicht. Zwei-, dreimal falsche Fehler. Alter, da, 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 da. Wir werden aber besser. Wenn auch nur ein paar Zentimeter besser. Klingt auch ein bisschen falsch, wie ich das sage, ne? Ein paar Zentimeter besser? Na, was? Na, was? So. Und wie ist es? Ich draufgehauen hab, bis es so geht. So. Das kriege mal hin. Nicht hochkommen würde. So. Was, ein Dildo? Was hör ich für... Ach, mein Gott. Ey, das gibt's doch nicht. Ich kann mich nicht mal in Ruhe aufladen. Scheiße, nein. Besser als nichts. Oh, ho, 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 ho. Nii, doch, bachabatabata. Hai, yai, 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 yai. Nein. 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 Schnell. Boah. Nein. Ich muss gerade erst mal nur ausweichen. Nein. Käse. Käse. Kann lecker sein, aber... Oh. Ich habe gerade eine E-Mail gekriegt von... Ähm... ...von Twitch nämlich. Ähm... ...und zwar nämlich zu einer Aktion. Das habt ihr wahrscheinlich oben gerade im Chat nämlich eingeblendet gesehen. Gilt halt nur für die, die gerade auf Twitch unterwegs sind. Wenn ihr nämlich jetzt noch bis zum 31.10., also noch bis übernächste Woche Donnerstag, ähm, nämlich rein subbt oder ein Geschenke, ähm, Sub gibt, dann bekommt ihr drei Monate Discord Nitro. Habe ich aktuell einen Monat, habe ich aber für 99 Cent bekommen, ja, und, ähm, das ist, äh, auch sehr interessant und sehr spannend. Ne, ne, also Discord Nitro ist halt auch richtig cool, also ich meine, ähm, ich, ich habe das ebenfalls und ich kann Discord Nitro nur empfehlen für drei Monate kostenlos, also da gibt es eine ganze Menge an Vorteilen. Äh, kann ich jetzt nicht so aufzählen, also ihr könnt halt, äh, ja auch auf Discord streamen, unter anderem, ihr könnt halt ein Skin verändern, was ich ja sehr kurios finde, dass das, ähm, bei, ähm, einer Plattform halt unter einer Paywall ist. Ne, weil, äh, weil, äh, es gab ja mal Messenger-Dienste, da konntest du uns einfach direkt umstellen. Ja. Das IQ Gott habe ich abbezündet. So. Alter. Och, Mann. 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 Ich bin zu gierig um... Komm. Nein! Ach, ich habe noch einen. Moment. Oh, jetzt habe ich verkackt. Alter, das gibt's doch nicht! Kann man bald einen Death-Counter machen? Bald. Gut, ich habe jetzt nicht mehr... Wie viel war das? Viertes Mal oder fünftes? Äh, fünftes? Ich weiß es nicht. Wer jetzt fleißig mitgezählt hat, kann es mir jetzt gerne in den Chat oder in den Chat schreiben. Also in den Chat schreiben. In den Chat oder in den Chat? Keine Ahnung. Oder sich das jetzt auf YouTube angeguckt, da kannst du gerne mal schreiben, je nachdem, wie lange ich jetzt brauche. Ne? Ich meine, ich kriege das hin. Ja, stimmt. Scheiße. Ja. Je länger ich ja... Stimmt, wenn ich Energie habe, kann ich ja... Oh, Mann! Muss ich mit X aber dann machen, ne? Oh, Mann! Das war nix. Das wird nix. Das ist gar nix gewesen. Das ist ne Scheißrunde gewesen. Das ist ne Scheißrunde gewesen. Das ist ne Scheißrunde gewesen. Im Übrigen hier ein bisschen herumgesaut. So. Oh. Ich wollte einen Schluck trinken, das war's, ne? Genau. Also nicht wundern, wenn ich dann wirklich hier nur noch an Normalfluchen bin, ne? Nicht am böse Fluchen. Ich versuch's ja irgendwie... Oh, ich fall schon wieder darauf rein, ne? Warum klappt das nicht? Warum kla... Mann! Mach ich sie so glatt. Das ist mir dann egal. Mach ich sie so glatt. HATNETX! Grad keine Zeit zum begrüßen! Ich bin grad hier am... Oh! Nein! Wow! Oha! Nein! Diesmal... Nicht! Ei, ei, ei! Nein! Nein! Au, 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 au! Ich geb... Weitsch! Alter! Und jetzt wird's eng! Jetzt wird's eng! Nein! Hm! So. Grüß dich erst mal, Jetnetics. So. Oh, Mann! jewels... Eieieieieiei... Eieieieieiei! Eieieieiei... Das ist so... Eieieieiei... Eieieiei... Es ist grad echt... ...so'n bisschen... Och Gott! Ich hoffe dir geht's gut! Eh... Hollow Knight ist das! Ich habe gerade selbst vergessen, um was es da drin geht. Ist ein tolles Spiel. Ist halt Metroidvania Soulslike mäßig. Ich habe es gerade selbst irgendwie vergessen. Aber es soll ein gutes Spiel sein, habe ich mir sagen lassen. Man erkundet eine Unterwelt. Ja, ein Indie-Game halt. Ein Indie-Game? Ja, müsste ein Indie-Game sein, ja. Kommt ja, da ist ja schon, glaube ich, weiß ich gar nicht. Oder soll bald ein zweiter Teil rauskommen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das Spiel gibt es auch schon sehr, sehr lange. Und mir wurde es wie gesagt empfohlen. So. Schaffe ich das jetzt? Ah, nee, nee. Nichts mit deiner Nadel hier. Nadel im... Ach Gott. Alter. Alter. Jetzt geht es, jetzt geht es ja aber zu... Ach Gott. Nein. 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 Oh Mann. Es kotzt mich langsam an, ey. Wirklich. Sorry, wenn ich so leicht aggressiv langsam werde. Oh Mann, ey. So, glaube ich. Jetzt habe ich die Kamera komplett... Oder? Nein, habe ich nicht, ne? Nein, habe ich nicht. Gut. Ja, die Kamera steht da so provisorisch auf einem kaputten Stativ. Der ist jetzt sowieso auch nicht so gerade aktuell da, weil ich... Oh. Ja. Kann mit dem neuen 8-Bit-Do-Controller, wenn ich ihn Montag kriege, nicht passieren. Wenn er überhaupt kommt. Wenn er nicht kommt, habe ich gesagt, storniere ich den Scheiß noch. So. Müsste ich auch mal sauber machen, ne? Wieso? Und jetzt gibt es... Jetzt habe ich das Problem... Wissen Sie? Jetzt... Ich habe einmal draufgedrückt. Jetzt... Jetzt kriege ich das mit dem Connect nicht hin. Jetzt muss ich das machen, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Muss jetzt die Kopfhörer reintun. So. Jetzt laufen... Jetzt... Nicht wundern, das Spiel läuft jetzt über die Boxen. Ziemlich laut. So. Jetzt drücke ich nochmal und jetzt hat er sich verbunden. Und jetzt muss ich nochmal hier... Zack. Und zack. So. Und jetzt gibt es einen kurzen... So. Und jetzt habe ich es wieder über meine Kopfhörer. Und ihr hört es jetzt nicht mehr. Oh Gott. Ich glaube, wir machen es noch drei Versuche. Aber ich weiß gar nicht... Ich glaube, ich muss hier lang, ne? Ich muss da lang. Ich muss da... Ich muss da hin, ne? Gut. Ich habe halt auch ein paar Versuche bei den anderen Dingern gebraucht. Also schaffe ich das jetzt auch wieder, ne? Das kriege ich doch hin. Da muss ich mir etwas holen, damit ich es wirklich schaffe. Oh Gott. Nein! Mann! verdrück' mich immer! Oh, knapp! Nein! 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 Oh! Och! Reicht nicht! Nein! Mann, warum machst du das nicht? Was ist denn los mit dir, du dreckiger Controller? Mann, was ist denn los? Warum reagiert die B-Taste nicht zum Aufladen? Wenn ich jetzt den Controller so weit kaputt gemacht habe, dann verstehe ich auch nichts mehr. Merkt ihr ihr Angriffsmuster? Ja, versuche ich ja, aber... Oh, ich hasse es aber auch, eigentlich auf den Controller zu gucken, um zu sagen, welche Taste. Jetzt muss ich aber ganz kurz gucken. Wenn ich jetzt die B-Taste nicht benutzen kann, habe ich gleich ein kleines Problem. Na, bin ich ganz ehrlich. Ich muss jetzt gerade ganz kurz was überprüfen. Oh, toll! Mann, was ist los mit mir?! Das gibt's doch nicht! Ich krieg nicht mal einfache Gegnerblatt! Was ist los?! Alter, nächste Woche definitiv wieder Hollow Knight. Ey, das ist nicht normal! Mann! Ja, gleich bin ich wieder down! Gott, mich das gerade echt an, ey! Ich muss... Ich muss... Ich muss gerade echt... Ich muss echt gucken, wo ähm... Alter, ich sterbe gleich einfach so, ne? Wow! Taste funktioniert! Oh! Oh! Das war jetzt nicht alles. Weil ich jetzt einmal hier... rumlaufe... Mann, 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 Mann! Ich hab schon gedacht! Ah ne! Lieber nicht! Ach gut, Mann! Der lebt wieder! Ich spring einfach mal rüber! Oder komm! Ey, das ist nicht normal, ne? Vielleicht muss ich halt auch einfach mal... Ah, komm! Das war jetzt eigentlich gerade richtig... Ziemlich umsonst! Oh, ich hab ne Idee! Nein! Nicht so weit... Nicht so tief fallen! Ich hab ne Idee! Ich hab ne Idee! Ich fülle das auf! Ich will mich dann mal heilen! Also... Einer fehlt auch noch, oder? Ich sehe keiner mehr! Hallo! Ne, ist nix mehr, ne? Der ist nix! Oh doch! Der hier! Hallo! Hallo! Bisschen... Bisschen Münzis ist auch nicht schlecht, ne? So, jetzt lade ich mich nochmal auf... Ne? Auf der Bank! Damit ich auch... Die paar Münzen, die ich mir jetzt gerade geholt habe... Oh! So! Und dann... Mach ich's jetzt! Problem ist, die greift jetzt immer anders an, ne? So! Oh Gott! Also wenn es so weitergeht, dann... Keine Ahnung! Vielleicht werde ich das auch off-stream machen! Tut mir leid, aber... Boah! Jetzt laufe ich schon rein, ne? Ja! Ui, ui, ui! Nein! Falsche... Ticht! Nein! Komplett... Komplett... Um... Sonst! Das gibt's nicht! Nein! Nein! Oh! Nein! Ach, Mist. Nie die Möglichkeiten genutzt, um dann selbst mich aufzuladen, ne? Oh Mann, ey, bin ich dumm. Die Möglichkeit genutzt, um mich selbst aufzuladen, hab ich nicht, ey. Das ist so ne dumme Scheibenkleister. Ich versuche weniger, wie gesagt, weniger dreckig zu fluchen. Zu fluchen, ja, aber... Naja. Nein! Wow. Nein! Oh nein. Oh nein. Oh. 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 Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Ein Fehler. Ein Fehler. Und ich werd schon bestraft. Ein Fehler und ich werd schon bestraft. also wenn das jetzt die nächsten 30 minuten so weiter geht es um 22 uhr schon schluss ich darf hier gleich ordentlich fenster erst mal lüften ich habe mit ihr mitgehalten aber ein fehler und du bist raus andere würden sagen das schaffe ich locker mit links guckt erstmal in der hose nach ob ihr da was habt und danach reden wir mal weiter danach sprechen wir mal weiter so ich muss gerade mal ganz kurz gucken ich hab mir die kamer raus gesehen verschoben ja und moment doch ist gerade ist gerade ich muss ich gerade mal überprüfen einen moment sich gerade einmal überprüfen einen moment einen moment muss gerade mal kurz mal was überprüfen ja ich habe ja wie gesagt ein paar dinge hier mit der mit der kamera gemacht tut immer noch von den tagen halt noch weh wenn man keine hose anhalten naja doch da sieht man so dient sogar ich habe gerade nämlich noch eine vorschau nämlich laufen um zu gucken ob ich überhaupt so dann noch mal fokus so fokus ich mir wird schon richtig waren hier obwohl heizung nicht an ist aber so dann los oh nein 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 Scheiße. Oh! 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 Verdammt! Uiuiuiui! Mann! Jetzt riskiere ich gerade eine ganze Menge. Das geht so nicht. Warum bin ich so blöde? Ich sollte wirklich eigentlich in dieser Woche gar keine Spiele spielen, wo man seinen Hirn anstrengen muss. Wirklich. Also, da bin ich, da bin ich heute, da bin ich raus. Oh! Mann, 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 Mann. Merkt man, wie sauer ich werde. Ich bin hier auch ordentlich am schwitzen. Naja, wirklich. Uh! Noch mal voll machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die, die, die Methode hat, glaube ich, irgendwie nicht funktioniert. So. Ruhe. Oh! Oh! Wow! Oh! 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 mach doch Junge ja ich bin so cool ich hab auf B gedrückt und er hat sich nicht geheilt was ist denn das für ein Scheiß also ich hoffe da ist der 8-Bit-Dog-Controller nächste Woche besser, wenn er kommt Mann, 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 Mann also ich sag, wenn das jetzt so weitergeht die nächsten jetzt noch gut 20 Minuten ist um kurz nach 10 Schluss wollte heute eigentlich bis 11 machen aber ich glaub dann ist heute bis heute 10 Schluss weil ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch eine Stunde also über eine Stunde jetzt durchziehen werde irgendwann werde ich auch keinen Bock mehr haben das war nötig nicht also ich kann wie ich Ah, scheiße. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Ach, scheiße. Ach, Gottes Willen. Ich kacke mir in die Hosen. Mockenflügelumhang. Drücke RT, um nach vorne zu sprinten. Benutze den Umhang auf dem Boden oder in der Luft, um schnell zu sprinten. Versucht es, die Siegel zu brechen? Sie können nicht geöffnet werden. Sie müssen geöffnet werden. Lasst uns schlafen, kleiner Schatten. Kehre in deine Dunkelheit zurück. Gewähre uns unsere Ruhe. Was hab ich angestellt? Scheiße. Ich komme hier nicht weiter. Ah, guck mal. Erstmal gibt es hier Money, Money, Money. Oh, nice. Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann es mal zurück. Ich speichere es mal, bevor weiß, was nicht was passiert. Na gut, das ist ja jetzt schon wie gesagt sicher, aber... Ich speichere trotzdem nochmal. Oh, Gott. Himmel, Arsch und Zwirn. Ist das eine Geburt gewesen, Kelly, ne? Also, wer hätte das gedacht, ne? Oh, Gott. So. Alter Verwalter. So. Erstmal hinsetzen. So. Damit sind auch die Münzis sicher. Puh. Ja. Doch noch. So. Dann geht es jetzt nach 22 Uhr noch weiter. Ja. Ich muss ja jetzt an meinem Versprechen einhalten. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ne, ich mache jetzt doch um 22 Uhr Schluss. So. Guck mal, da habe ich ja noch nicht stimmt. Da muss ich ja selbst ja noch einen Speicherort finden, ne? Wow. Wow. Ah, jetzt. Ein bisschen, ne? Doof. Gut, ich habe es noch nicht geöffnet. Es muss hier irgendwo gleich eine Bank erscheinen. Äh, ja. See von unten. Nicht von unner, sondern von unten. Oh, ich kann mich hier auch... Oh, sehr gut. Karte aktualisiert. Ah, okay. Weiter geht es hier also nicht. Da muss ich... Ah, da muss ich unten durch. Ah, okay. Zuhören. Oh, hallo. Es scheint, als wären wir beide etwas vom Pfad abgekommen. Ich kann, äh, kann kaum glauben, dass diese staubigen alten Straßen zu solch einem üppigen und lebendigen Ort führen. Dieses Gebäude legte ein Forum von Anbedeutung nahe, auch wenn sein Götze offenbar längst vergessen wurde. Äh, es eignet sich ebenso gut für einen Augenblick der Rast. Oh, okay. Warum nicht? Ne? Habe ich gerade das Gefühl... Habe ich echt hingegratet was mit der Kamera falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Ja, habe ich gerade... Sehe ich gerade. Sehe ich gerade. Kamera ist leicht schief. Ich darf da nochmal ein bisschen dran arbeiten. So, ich muss mal gerade ganz kurz was machen. Einen Moment. Nicht wundern. Ich muss gerade ganz kurz was machen. Die Kamera hier. Bis im nächsten Monat kommt. Gibt es eine neue? Nicht wundern, Leute. Nicht wundern. So. Ich muss da gerade mal so ein bisschen... Oh Gott. Oh Gott. Ja, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Mal wie immer, wenn es um diese Kamera geht. Die nervt mich. Weißt du, seit zwei Jahren habe ich sie. Und sie sorgt dafür, dass ich krumm und schief sitze und stehe dabei. Also ich meine es jetzt wirklich ernst. Also diese Kamera... Ich habe schon eine neue im Blick. Aber das Problem ist halt... Echt ey. Sorry, ich muss das gerade klären. Ich muss das gerade echt klären. Mann, 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 Mann. Es ist wieder mal... Boah. Es ist überhaupt... Oh ja, guck, sie bewegt sich. Das muss ich echt off-cam... Off-off... Kamera. So. Jetzt habe ich sie wieder irgendwie hingekriegt. Irgendwie. So. Und wieder irgendwie nicht, Alter. Kein Bock, dich da mit Tesafilm vollzukleistern. Scheiße. Sorry, wenn ich das jetzt regeln muss. Weil sonst spiele ich jetzt gleich ohne Webcam weiter. Ne? Ich stehe kurz davor, vielleicht gleich noch eine zu bestellen. Obwohl sie dann erst wahrscheinlich am Montag kommt. Wie ich selbst noch gesagt habe, dass sie am Wochenende vielleicht noch streamen will. Alter. Sorry, ich muss da gerade mal... Sorry, dass ich gerade hier... Oh. Mir ist die Kamera abgeschmiert. Wie schön ist das denn? Mir ist die Kamera abgeschmiert. Ne, ist doch nicht. Wollte ich gerade sagen. Ist mir die Kamera abgeschmiert? Ne, ist sie nicht. Oh, Mann. So. Jetzt ist sie wieder. Das muss ich gleich mal in Ruhe mal einrichten. Die ist mir anscheinend gerade so ein bisschen abgeschmiert. Ne? Was haben wir denn jetzt hier? Oh, oh. Yo! Ne, hier will ich nicht weiter. Nein. Okay, hier geht es jetzt nicht unbedingt weiter. Ich gerade mal so der Karte entnehme. Ne. Dann muss ich unten weiter. Dann muss ich unten weiter. Okay. Hier oben ist ja... Hier ist ja jetzt auch nicht so... Sowas. Guck mal. Jetzt kann ich hier ganz gemütlich... Jau! Das soll... Das soll nicht euer Ernst spielen, ne? Ach gut. Ich wollte schon... Ich bin so blöde, ey. So. Hier komme ich nicht hoch. Ich muss, dass ich das aber nicht untersuchen kann. Hier, ne? So. Nein! Och Mann! Ich habe nur noch ein Leben, du Trottel! Du bist echt dumm. Weißt du das? Toll. Meine Fresse. Lern es, Vadi. Lern es. Jetzt gleich nochmal zurück und lad auf. Aber wir müssen gleich... Ich weiß, wo wir gleich langen müssen. Ich habe schon so eine... Ich habe schon so eine gewisse Ahnung... Wo wir langen müssen. Ne? So. Zumindest hier gespeichert. Mal gucken, wie lange... Wie lange kann ich das denn... Wie lange kann ich das denn einsetzen? Ah, nur einmal quasi, ne? Alter. So. Okay. 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 Das reicht doch schon. Ein bisschen auffüllen, ne? Ah, aufpassen. Selbst nicht drauf aufgepasst, ne? Aha. Dankeschön. Karwum. So, ja, jetzt müssen wir... Ah. So, müssen wir jetzt hier runter, glaube ich. Genau, ne? Da müssen wir runter. So sieht's aus. Und... Genau. So. Oh, ich trottel. Oh, warte mal, wie kommen wir denn da hin? Oh, die... Wie soll ich denn da hinkommen? Hm. Wenn ich ins Wasser falle, Geh' ich drauf? Vielleicht woanders, ne? Vielleicht muss ich woanders durch, ne? Vielleicht ist das der Sinn, ne? Vielleicht erst woanders, damit wir dann halt... Ich meine, guck mal, wenn ich das nur... Na? Oh. Ist dann halt... Weiß nicht. Guck mal grad hier irgendwo vielleicht. Warte mal. Stimmt, warte mal. Geh' ich mal hier so unten lang? Ah, sehr gut. Ein bisschen Energie hab' ich jetzt noch bekommen. Jetzt auch immer noch so lang, ne? Das sieht nichts. Schade, Banane. Ne, ich geh' ich doch boh' ich doch. So. Wow. Nein! Ach, Mann. Das ist noch einmal ein bisschen zu gierig gewesen. Hm, vielleicht bin ich auch hier noch nicht richtig. Nein! Och, Mann. Wadi. Das ist ein Trottel. Hier tauchen können wir noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir hier tauchen können. Aua. Och, Gott. Nein! Ich weiß gar nicht. 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 Aua, nee das war falsch, aber ich sollte mich mal aufladen, sehe ich nämlich gerade. Oh nein. Wieder aufladen. Ich mache gerade ein bisschen zu viel. Ups. Ich wollte da noch nicht runter, aber. Alter. Warum bin ich heute so, wieso bin ich jetzt so unvorsichtig? Geht es hier lang? Ah, noch besser. So, Karte ist aktualisiert worden, aber nur minimal. Besser als nichts, würde ich sagen. So, dann geht es weiter. Oh Gott. Wow. Sorry, aber jetzt, wo ich es kann. Hier, da ist nichts. Oh Gott. Na guck mal. Alter. Hehehe. Schön Tennis gespielt. Hier geht es weiter. Okay. So, gehen wir erstmal kurz unten. Die Möglichkeit auf. Ein paar Münzis. 2000 Münzen. So. Wow. Knapp. Nein. Hallo Björn, grüß dich. Na, wie war euer Filmeabend denn so? Bin ich da lang? Och, Tatsache. Wir haben immer noch nichts, ne? Ich bin da unten irgendwo. Ne. Da. Wie soll das klappen? Sehr cool, geiler Film. Man braucht den ersten normalerweise nicht schauen. Okay. So, jetzt habe ich ein Problem. Ich komme hier auch nicht weiter, ne? Tja. Ich komme hier nicht weiter. Ich habe ein Problem. Toll, ey. Ist auch aktuell. Ja. Ich komme da nicht weiter. Nicht von oben irgendwo, ne? Nichts besonderes. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Moment. Genau. Ah, nee. Doch. Wir müssen da oben hin. Deswegen. So. Ich zock mir eben bei weiter NES. Uh. Ja, stimmt. Da habe ich ja was. Da habe ich ja was bei dir gesehen, ne? Oh, warte mal. Wir können doch hier unten, ne? Oh. Oh, oh. Ne, ich habe es mir anders überlegt. Oh Gott. Ich habe es mir. Ich habe es mir anders überlegt. Ich will erst mal mir meine, gut 2000 Münzis wiederholen. Ich bin zu dumm, ne? So. Nicht oben. Nein! Was mache ich denn da? Oh Gott. Schultertaste rechts, Waadi. Hier wieder. nicht mehr on point, was das angeht. So. Ja. Ernsthaft? Wie soll ich da rüber kommen? Wohl, warte mal. Einmal springen. Oh, nee. Das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Ja. 2000 Münzen Fujikato. Meine Lieben. Ja. 2000 Münzen Fujikato. Das ist scheiße. Wie komme ich weiter? 2000 Münzen sind weg. Toll. Wahrscheinlich hätte ich mir damit irgendwie was holen müssen. Und jetzt? Ja. Alles weg. Alles ist weg. Aber wie komme ich da weiter? Was ist da? Ah! Naja. Ach Gott. Ja. Alles weg. 2000 Münzen. Weg. Alter! Ey, was soll das, du? Oh, toll. Ey, jetzt sterbe ich ein nach dem anderen. Ey, das gibt's doch nicht. Na gut, die 2000 Münzen sind eh weg. Kann ich jetzt weiter nachdenken, wo ich hin muss? Die sind eh weg, die 2000 Münzen. Toll, ey. Wechs Dinger. Mein ganzer Scheiß wieder. Komm her. Alter! So. Unterlassen noch einen schönen, tollen Ton. Und verdampfen sogar auch noch in diesem. Ich glaube, ich glaube, es ist wirklich gleich Zeit zum Schluss zu machen. Also ich mal. Ich glaube, es ist gleich echt Zeit zum Schluss machen. Ich glaube, ich habe echt einen Krampf in den Fingern. Dass ich das nicht hinkriege. Ja, komm her. Nächsten Monat brauche ich original NES-Controller, um zu wireless. Nice, nice, Björn. Muss sie dann halt nur noch Switch-kompatibel machen, ne? Gibt ja schon welche. Ich glaube, Nintendo wäre da another news, wenn du das machst. Keine Ahnung. Da kann man sich Platinen holen. Ah, nice. Ja, da musst du ja so so einen Adapter dann auch noch nehmen für, äh, gibt es ja auch unzählige Geschichten, ne? Oh, komm. Wow. Erstmal. So, komm her. Alter, ich drück doch die ganze Zeit hier, meine Fresse. Toll, ey. Ich versuche mal woanders lang zu gehen. Aber erst mal mich aufzuladen, weil sonst nippel ich gleich ab. zwei reichen, ja. Oh, scheiße. Ja! Scheiße. Oh, Gott! Ohne Witz, dass ich dafür nicht irgendwie Dinges bekommen, ist schon traurig, ne? Alter, du dreckiges, also ich habe jetzt kein, ohne Witz. Jetzt, wo ich es geschafft habe, ne, na gut, 2000 Münzen sind weg, also, oh Mann, ey. Das gibt's doch nicht! Alter, ja, 2000 Münzis hatte ich, jetzt sind nur noch, ja, jetzt habe ich wieder 56 davon wie, ähm, wieder, also, nicht wieder geholt, aber ihr wisst schon, ne? So, ich habe gesehen, da gibt es noch einen möglichen Weg, ne? Genau. Wenn ich da mal schauen, da denn hin, ah, ja, ich weiß. Voll. Machen wir mit gleichem Spaß nochmal. Was war jetzt? Nah dran, ne? Aha! Ah! Guck mal, weiter geht's nicht, ne? Ah, ne, Moment! Aber guck mal, den wir gerettet haben, ne? Wie soll das gehen? Verdammt noch... Oh. So ein Trottel. Äh. Alter! Boah. Boah. Bisschen ist es grad beschämt, bin ich ganz ehrlich, ne? Also 20 Euro komplett lohnt sich, dann auch bald Couchcorp wie, äh, wie bei Turtles zu viert. Haha, nice. So, wo muss ich dann... Warte mal, das ist ja dann hier, ne? Oha. Ja. Äh, Moment. Moment! Ich war doch richtig! Oh Gott, jetzt darf ich's wieder machen, ey. Alles nur normal? Schade. Nein, nicht. Keine Lichter. Oh Gott, komm her. So. 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 Ah, ja. Genau. Moment. Genau. Dahin, da. Da müsste ich... Stimmt. Ich hab trotzdem ein bisschen Schiss, was da dich jetzt erwartet. Jetzt kommt's. Nichts. Oh, oh. Kleiner Kim Nirbs. Furchtlos kommst du daher. Bist du ein Jäger wie ich? Fühlst du das innere Verlangen zu lauern, zu töten, zu verstehen? Dann nimm. Mein Journal. Es wird dir helfen. Anfangs wird, äh, der Text unverständlich sein. Aber ein erfahrener Jäger wird eine, äh, wird seine Worte verstehen. Wage dich in die Tiefen dieses Landes und erschlage seine Bestien. Erweise dich als würdig, das Zeichen des Jägers zu tragen. Journal des Jägers. Okay. Drücke. Hallo, Zephra. Grüße dich. Journal. Ja, da haben wir sie alle. Und die alle haben wir schon gekämpft. Hier, auch noch. Hornet. Unter anderem. Wie so ein Pokédex. Mehr ist hier nicht. Oh, Moment. Mehr ist hier nicht. Oh, nee. Wie komm ich dann da hin? Nee. Anders, Moment. So. Zack. Alter. Wie gefällt dir Hollow Knight? Super, aber manchmal verzweifelt. Also ich bin gerade echt am verzweifeln. Weil ich an zwei Stellen nicht weiterkomme. Und ich weiß, ob ich da auch hin muss. Das ist halt so die Sache. Aber, naja. Ich, ups, Alter. Ich bemühe mich. Ich bin immer stets bemüht. Sagt man immer so schön, ne? Hups, erst mal eine Runde. Das Problem ist gerade, ich habe gerade 2000 Münzen verloren. Nee, es ist ja quasi wieder Ausgang, ne? Ja, wer kann nicht verstehen? Manchmal ist Rätseln auch echt erneuern. Ja. Wo man dann, also ich, leider das Problem, ich stelle mich gerade in dieser Woche sehr dumm an. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass ich meine Bildschirmen, ähm, ähm, Halterung angebracht habe. Ich habe mich richtig dumm angestellt beim Anbringen. Beim Anbringen des fucking Adapters. Vor allem des fucking Adapters. Oh, Mann. Oh! Tut mir leid, dass ich dich, äh, dass ich dich verpasst habe. Wenn du dich verlaufen hast, warum kaufst du nicht einfach eine Karte von diesem Gebiet und in diesem Geschäft in Mistmund? Wird zu einem exzellenten Preis erhältlich. Manf je. Ach so, ja, stimmt. Hier waren wir, haha, hier waren wir doch schon. Kann ich doch gerade sagen, ne? Aber ich höre noch jemanden. Ich höre noch was. Moment. Ich kann ja jetzt hier. Oh, Moment. Stimmt, ja. Will ich jetzt wirklich zurück bis zum... Ja. Oh, mein Gott. Jetzt kann ich ein paar Sachen, äh... Moment. Stimmt, ich kann ja hier hoch. Haha. Oh Gott, bin ich blöd. So, ich sag, heute, heute ist irgendwie... Ich glaube, der Controller hat mitbekommen, der Xbox One Controller, dass er ab Montag ersetzt wird. Ja, ich habe mir einen 8-Bit-Do-Controller vorbestellt. Und, ähm... Ja. Einen der neuen, also nicht... Oh, Gott sei Dank. Also, ähm, Wireless, nicht Bluetooth. Weil, dann hätte ich mir keinen neuen geholt. Das Problem ist halt, mein Bluetooth-Adapter, äh, der macht gern Faxen. Aktuell gerade. Jetzt kann ich mal gucken, wo ich bin. Ah, gut. Ich muss da hoch. Nicht auch so hoch. Ja! Oh, das ist so cool, dass ich jetzt so hoch... Ja, und, ähm... Ja. Aber eigentlich muss ich auch, das ist, das ist leider so die Sache, eigentlich müsste ich mir auch noch ein neues... neues Webcam-Stativ holen, weil, ähm, ja, durch die, ähm, durch die, ähm, äh, durch den Umbau hier, habe ich mein, mein Webcam-Stativ aus der Sinn kaputt gemacht. Ja, 8-Bit-Do ist wirklich, 8-Bit-Do ist wirklich super. Also, kann mich nicht beklagen. Äh, weg. Geh weg. Jetzt kann ich komplett aufladen, oder? Immer noch mein, mein Verlust von... 2000... Nee. Geht das so? Fast! Ja! Noch mehr, noch mehr Münzen. So. Muss man gerade echt irgendwie meine 2000 Münzen, die ich so verloren habe, gerade irgendwie zurückholen. Das ist kein Witz. Da habe ich mir gerade echt... Alter. So. Ups. So. Kann ich das bitte auf die andere Seite... Ja. Ja. Das Ding explodiert? Wahrscheinlich, ne? Ziemlich weit abgesch... Ach, stimmt. Hier ist ja auch noch eine... Ne. So. Kurz AFK. Okay. So, jetzt muss ich mal gerade ganz kurz gucken. Ich komme da unten, komme ich nicht weiter. Und da unten komme ich nicht weiter. Wie mache ich das? Ich komme jetzt mal einfach mal einen anderen Weg. Aua. Sagt, der nimmt da einfach mal einen anderen Weg, ne? Aber ich wollte eigentlich ganz woanders hin. Ja, deswegen... Nicht wundern. Ich habe nämlich noch was vor. Äh... Ach, guck mal, Moment. So. Ich zocke nebenbei Curvy's Dreamland. Uh, Curvy's Dreamland. Ein Klassiker. Alter! So. Oh, ich bin richtig? Ja, ich bin richtig. Wahrscheinlich hätte ich die jetzt für keine Ahnung wie viel Münzen bekommen, ne? Ich so scheiße, ne? Ja, schön das Modul, ne? Wenn es nicht funktioniert, erst mal schön reinpusten. Ja, damit man... Damit man dann, äh... Damit die Kontakte funktionieren. Ach Gott, das waren noch Zeiten, Leute. Ne, das muss ich von hier machen, ne? Alter, ups. Ja, komm, angerast. Tja. Nichts angerast. Na, komm her. Nee, 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 nee. Äh. Gut, er nimmt sie es nicht. Ich habe noch einen Zauf, einfach 70 Euro wert, nur das Modul. Ja, Nintendo-Preise, ne? Und vor allem, es sind die Klassiker. Die sind halt auch ziemlich teuer, ne? So. Dann wollen wir mal... Ach ja, stimmt. Dann wollen wir mal reisen. Und zwar nämlich zurück nach Mistmund. Mir scheint ein bisschen Leute zu sein. Ich weiß nicht. Aber na ja. So. So. Erstmal gucken wir mal, ob wir eventuellerweise noch irgendwie mehr Möglichkeiten haben. Gehen wir erstmal... Ah, das können wir hier auch machen. Sehr schön. Einkaufen. Was haben wir denn so? So. Maskenscherbe. Kann ich mir nicht leisten? Ja, super. Geo-Schwaben. Ich dachte, dass du so viele Geo liegen lässt, wenn du durch die Höhlen eilst. Ach, Mann. Ich will nicht einen Everdrive kaufen, wo man eine SD-Karte rein schiebt. Emulation ist wie... Ja, ja. Ich kenne das ja. Emulation ist wie Masturbation. So. So. Jetzt haben wir den Höhlen von uns. Ah, Barfanada. Äh, Kokon... Äh, Kokon... Äh, was weiß ich ja, wie soll ich das? Käufernadel. Benutze diese Nadel im Warenhändler oder andere interessierte Käfer, den... Hirschkäfer. Diese Nadeln markieren jede Hirschkäferstation, die du besucht hast. Garabeus-Markierung. Garabeus-Markierung. Panzer-Markierung. Jeton-Markierung. Leuchtende Markierung. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich die alle kaufen muss, ne? Naja, ich hatte noch was anderes vor. Oh. Ist aber dazu gekommen. Gleiches Ding. Du führst diesen Nagel mit Leichtigkeit. Ähm. Wenn du auf der Suche nach einem Kampf bist, wirst du keinen würdigen Gegner in diesem verfallenen Bau finden. Ich habe gehört, dass es unten eine Arena geben soll. Eine für solche wie uns. Triff mich dort und wir werden dein Können auf die Probe stellen. Ich werde bald herabsteigen. Komm und finde mich, wenn du es wagst. Ja. So. Erstmal natürlich. Alter. Erstmal. Machen wir mal wieder. Das, was wir. Hier so vielleicht vergessen haben. Denn. Es gibt ja hier gewisse Dinge. Ich habe mein Gehalt jetzt ausgegeben. Hier waren wir schon drin. Ich habe echt das Gefühl, ich habe hier eventuell ein paar Sachen vergessen. Ich müsste da ja irgendwie hochkommen. Das ist schon eine Menge, was du dafür ausgegeben hast, Björn. Das ist schon viel. Was haben wir hier? Oh nein. Oh nein. Aua. Nein. Ich habe mich verklickt. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Dumm wie Brot. Und wo bin ich? Ja, ganz woanders. Wirklich. Ich bin dumm wie Brot. Oh nein. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Na hallo, ich wollte ihm zuhören. Okay. Das war auch schon gewesen. Ich bin schon richtig. Da bin ich schon richtig. Ja. Da wollte ich wieder hin. Da müsste, glaube ich, mein Geist sein. Da ist er. Sehr gut. Und jetzt fast 200 Münzis habe ich dann auch wieder. So, dann gucken wir jetzt mal weiter, weil ich weiß, ganz genau an einer Stelle bin ich nicht drangekommen. Mal ganz kurz gucken, wo ich landen muss. Okay. Ich kann mich voll aufladen. Na, hast du denn ein super Gameboy-Modul? Ja. Aua. Wow. Der ist sich selbst umgebracht. Du hast nämlich Fail. So nach oben geht es nicht. Da habe ich schon damals. Ah, okay. Weil ich habe noch ein Super Gameboy-Modul. Na. Ich besitze noch eins. Ich kann ja natürlich auch meine Super Nintendo ja auch capturen. So, war es nicht hier irgendwo? Nee, Quatsch. Nee. Alter. Mit SMW. Nice. So. Och Gott. Jetzt bin ich wieder so blöd und habe es wieder vergessen. Ne. So. Hast du ein HDMI-Kabel? Nee, habe ich nicht. Ich könnte das mit dem Grabber machen. Den habe ich nämlich noch. Den alten. So. Jetzt sammle ich mir hier schön wieder die Münzen zusammen. Aua. Wow. Oh. Jetzt falle ich hier bis zum... Das ist nicht hier? Ah, da genau. Hier ging es nach Grünweg. So war das. Unten. Stimmt. Unten. Aber da kam ich ja auch nicht weiter, ne. Ja? Äh. Da hier, da hier. Ups, wieder falsche Taste So, hier hin Guck mal, wie der sich freut Nur drei? Ich hätte gedacht, mehr Oha, krieg ich Money Oh Danke Na? Habe ich da nicht irgendwie auch eine halbe Maske Bei dem Händler da oben gesehen? Alter Eventuell, ne? Können wir mal reingucken Mal noch so Stimmt, ne halbe Maske hatte der da, ne? Ich bin drin, ich Sprich einfach wieder runter So, mit isen, mit isen mit mir los Hallo, nach oben Hinaufsteigen nicht hier, sondern hier. So. Was mir Scherbe. Genau 500. So. Oh. Nur ein Stück. Okay. Ich so. Trotzdem müsste ich jetzt mal irgendwie herausfinden, wie wir weiterkommen. In Grünweg. Wie hieß das Grünweg? Entsprechend glaube ich schon, ne? Irgendwie sowas. Ups. Na genau, Grünweg hieß das. Müsste ich mal gucken, wie wir da weiterkommen, ne? Und alles ein bisschen Risky Whisky. So. Ja, 500 Münzen sind weg, aber müssen wir mal schauen. Versuchen wir mal zum See von uns zu kommen. Da oben rechts war ich noch gar nicht. Stimmt. Müsste ich eigentlich mal hin. Auf geht's. Ups. Wo bin ich denn da am besten hin? Ah, guck mal. Höre Geist träumte eins von Blättern und schuf so diese Höhlen. In jedem Busch und in jeder Anke offenbart sich uns der Geist uns. Und so weiter. Ach ja, scheiße. Tschüss. Jetzt will ich mit dir kämpfen wollen. Am Arsch. Stimmt, da kam ich nicht hoch. Da musste ich ja irgendwie anders hoch, ne? Oh, sieben Stück. Nachgeschaut. Der OSSC kostet um die 100 und der Framemeister... Ja, Framemeister ist schweineteuer. Framemeister gebraucht ist, äh, schweineteuer. Ja, oha. Scheiße, ja. Was sehe ich da unten? Ich kann einmal den machen. Ich kann einmal den machen. Aua! Och, Mann. Och, Mann. Ja, reicht zumindest so. Hier ist nichts. Oha. Och, Mann. Ich kann echt so, zu doof dafür? Scheiße. Würde ich mich ja nicht so anstellen. Ich höre noch hier irgendwie was. Für die Karte kein... Äh, für das Gebiet keine Karte. Okay, mehr ist ja nicht, ne? Warum ist hier nicht mehr? So, dass ich mir jetzt hier durchgehend immer Münzen holen kann, ne? Theoretisch. Naja. Dann geht's ja die teuren Kabel, habe jemanden gefunden, der RGB-Kabel baut und das Bild ist so klar wie bei der PS1 und 2 NES. Ist da was anderes? Ist da was anderes? Mein Kabel für das NES habe ich auch schon nur noch testen. Ah, okay. Puh. Jetzt fällt ich komplett unter. Das wollte ich natürlich nicht, aber... Oder machen wir es so? Ja, ist ja... Ha, 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 ha. Ich komme vielleicht doch nochmal irgendwie andersrum. Das ist auch nichts. Alter! Und tschüss! Ich kann jetzt so flüchten, bevor die dann sich gleich hier wieder verbacken. Ich speichere erstmal ab. Man weiß ja nicht, ich bin voll enthusiastisch geworden. Warum nicht, ne? Sowas zu sammeln ist halt auch ziemlich nice. Ich meine, andere machen das, andere machen das. Also, das ist halt auch ziemlich nice, ne? Das meine ich ja nur. So, dann gehen wir mal. Versuchen wir jetzt mal wieder weiter zu gehen. Gehen wir jetzt wieder oben weiter. Ich glaube, wir mussten da oben irgendwo hoch. Weil sonst wäre es ja hier, ich meine ja nur, ne? Wir konnten ja jetzt hier so lang und fällt einfach mal wieder rein, ne? Anstatt gescheit zu springen, wie es sich gehört, ne? Ich meine, allein hier ist nichts, ne? Gar nichts. Nein! Ich kann ja nicht schwimmen. Wir waren hier schon drin. Das ist halt ein bisschen... Oh, nein! Auch hier nichts? Nee! Gar nichts. wie soll ich bin gerade echt überfragt dann unten irgendwo alter ich vergesse ich habe mich über ach man was ist denn das hier wieder jetzt mache ich hier wieder ein Fehler nach dem anderen explodieren mal da unten ob hier irgendwie was ist ne ist nichts ah guck mal suchst mich da habe ich dich ich wollte mich gerade wundern was habe ich gerade zerstört das war nur das Schild na guck mal journal aktualisiert lol narrenfresser fleisch fressende pflanze die nach allem schnappt was zu nahe kommt man müsste wirklich ein Narr sein um von einer Pflanze hereingelegt zu werden ja wirklich voll ein Narr sagt derjenige der schon öfters mal reingefallen ist aber egal sprechen wir von gerade von Narren ne die Energie hatte ich dafür noch stimmt holen wir uns die Energie zurück so spiele ich will ich auch einfach nur wissen war ich natürlich ich bin halt einfach zu blöd dafür eins von beiden ne ist halt so so ist halt so eine Sache wo muss ich hin wenn ich dagegen haue verliert es so eine Art Saft Saft apropos ich habe mir heute ich habe heute bemerkt den 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 Orangensaft den ich immer kaufe der kostet eigentlich um die oh ne ja und jetzt so hab das Ding hab das Ding besiegt aber jetzt man da unten geht es ja auch noch weiter einfach da mal weiter ja der Orangensaft den ich kaufe der hat nicht so wie der ACE Saft eins noch was gekostet sondern zwei Euro das ist mir gar nicht aufgefallen habe ich gesehen dass er vegan ist was jetzt nichts schlimmes ist wie gesagt ich finde vegane Sachen super hab auch schon mal vegane Burger gegessen die sind richtig geil also ich hab mir was vor zwei Wochen hab ich immer mal vegane Burger gemacht ähm die hab ich richtig genossen die Genossenen und Genossen und äh ist mir halt gar nicht aufgefallen nur heute beim Einkauf ist mir das aufgefallen scheiße ich bin wieder zu langsam gewesen und äh wow und ähm und das ist mir halt warte hä was ist ein bitter Orangensaft nicht vegan weiß ich nicht nee das das lustige dabei ist das ist kein Witz das lustige dabei ist man hat es extra noch versehen an dem digitalen Preisschild wo ich mir so denke ne hm wo was trinken ne denkt immer dran immer was zu trinken sollte man auch mal so ein Bot einführen der mir immer sagt wadi trink mal was du Trottel trink mal was du Arsch jetzt würde ich mich verarschen lassen oder bullshit ist das eben ich meine es gibt manchmal Menschen die sind ein bisschen neben der Spur hi ähm aber so neben der Spur glaube ich auch nun wieder nicht ne ich meine zwei Euro ähm eigentlich könnte man ja Bauernfängerei eben meine ja wo wollte ich jetzt hin ah da unten nein was wollte ich machen dankeschön weg gelaufen naja da unten gibt es ja jetzt ja gleich eine Bank wo man sich hinsetzen kann auch ein bisschen eine andere Bank ne ist hier nichts wo man was ist einfach nur chillen chillen so jetzt muss ich noch mal gescheiter gucken ok es gibt einmal unten eine wadi du bist so du kannst auch wirklich dumm sein ne so schön pupsen ne will nur pupsen äh äh gehst du gut ey geht schon gut los ne hier alter zu blöd zum tennis spielen schön dass das mir nicht angerechnet wird hier lang geht es ja auch noch scheiße danke ah guck mal hat er sich selbst kaputt gemacht dankeschön ich wollte mich im übrigen kurz mal aufladen dankeschön oh sehr schön äh eintreten ah okay ich brauche hier glaube ich etwas licht ne ja ja ah ok verstehe schaffe ich es auch im dunkel ich habe Angst runter zu springen natürlich klar 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 okay dann brauche ich dafür etwas um ähm so eine art taschenlampe ok so wollte ich jetzt weiter nach unten ja boof hier gehen wir erstmal zurück obwohl ich bin dann gleich zu blöd um ach gott was heißt zu blöd einfach ganz schnell einfach ganz schnell abhauen und ein paar münzes sammeln so dann haben wir das auch schon in der karte gespeichert bevor ich vielleicht wirklich irgendwie wieder vor purer dummheit irgendwo hinfalle steineres heiligtum aha ok sehr interesting kann ich jetzt ja mal nachfragen so jetzt auch zu guter letzt kurz vor Ende des streams ja quasi wow ey jetzt habe ich so langsam kein bock mehr olter ich glaube ich brauche mein daumen sieht aber gerade echt eingedrückt wenn es schon in der nähe ist kann man es auch nutzen so ich versuche jetzt noch da unten hinzukommen und danach muss ich halt einfach mal schauen ich meine ähm was jetzt halt einfach nur schief gehen kann ist dass ich hier wieder zu blöd bin um Tennis zu spielen das funktioniert bei denen ne ist dann noch schön so na den treffer hab ich gar nicht getroffen ok 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 bobbelblase ok nebelschlucht ok ok wow 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 ach guck mal wen ich da höre ne 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 n ich kippe ok ich komm da nicht durch warum wurde ich getroffen Ich hole mir meine Münzen erst mal wieder. Nein. Ich bin mit jemand anderes Tennis. Ich glaube, es ist langsam Zeit für mich, ne? Es ist langsam Zeit für mich, Leute. Nebelschlucht. Ist er? Scheiße. Da ist er. Ich wollte gerade sagen, ne? Nein. Puh. Moment. Oh Gott. Ernsthaft? Kannst du ein bisschen höher gehen? Ey, das gibt's doch nicht. Das ist so ein kleines Stückchen gewesen. Und ich fall. Ah, da unten geht's lang. Okay. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, hier sitzt ein bisschen. Station der Königin. Ja. 120 Geos. Ach ja, ja, Geos heißt dies. SNES läuft. Getestet. Nice. So. Damit haben wir zumindest ein neues Gebiet freigeschaltet, meine Lieben. Das passt gut zum Abschluss. Und, ähm, dann würde ich auch für heute Schluss machen. Mit Hollow Knight. Fortschritt wird ja gespeichert. Und, ähm. Ich schätze mal nächste Woche machen wir schon weiter, weil, äh, ich dann doch wieder ein bisschen Bock bekommen habe. Was heißt ein bisschen? Aber naja, was soll's. So. Dann, äh, werde ich mal ganz kurz mal Spielverlase und mal auf die Szene eins schalten. Und ich sehe, die Kamera ist wieder mal on point, nämlich gar nicht. Ich hab, wie gesagt, äh, ein bisschen, äh, improvisieren müssen, was, äh, was nämlich Stativ angeht. Und, ähm, ja, das ist so einigermaßen. Ich brauch nämlich eine neue Webcam und ein neues Stativ. Und das wird wahrscheinlich sich erstmal, ähm, im nächsten Monat geholt. Wenn überhaupt. Und das ist halt, das ist halt so eine Sache. Da muss ich jetzt so, glaube ich, da werde ich auch, glaube ich, ähm, äh, Dinge jetzt machen. By the way, Wadi, ja. By the way, was? Bevor ich jetzt erstmal gucke, wie das hier abläuft. Oh Gott, ich sehe hier gerade, was habe ich hier gerade? Ein Abo für deinen, äh, für den Kanal. Stell dein Mikrofon bitte hochkant auf. Hochkant? Wie hochkant? Du büßt Qualität ein. Wie büß ich Qualität ein? Bitte nochmal erklären, wie. Ähm, hochkant kann ich's nicht aufstellen. Meinst du etwa so? Oder, wie? Hä? Was meinst du? Ich bin gerade leicht verwirrt. Du hast gerade waagerecht mit der Spitze zu dir. So, ja, ähm. Achso, meinst du? Hochkant. Ne, warte, guck mal. Mikrofon ist hier vorne. Da. Mikrofon ist da vorne. Da vorne und drumherum. Das ist schon richtig. Ist schon richtig. Deswegen, nicht wundern. Teste mal was aus. Wegen Nieren charakteristisch. Das ist wirklich hochkant? Ich weiß nicht. Müsste ich den erstmal umdrehen, ne? Das wäre eigentlich auch schon mal was. Aber, äh, ne? Okay. Moment. Da mach ich, da mach ich jetzt, da mach ich jetzt so. Entschuldigung, wenn, ähm, ne. Das sieht dann doof aus. Da mach ich das so. Ist das, ist das in Ordnung? Ist das jetzt in Ordnung? Mach ich dann ab jetzt so. Näher zu mir. Ja, das mag ich irgendwie nicht entsprechend. Ähm, hoppala. Siehste, das passiert. Weil, ähm, so. Ich bin ja kein Radiomoderator, Leute. Also, so würde ich das, wenn schon machen. Oh Gott, ich hab... Leute, ich hab doch kein Geld mehr. So. Ist das zumindest so in Ordnung? Ist das denn so jetzt in Ordnung? Ja, gut, ne, äh, ne. Ja, gut, ne. Macht's nicht besser. Sag ich ja, deswegen ist es eigentlich schnutzpip egal. Also, ich meine, ähm, ich, äh, ich kann's auch ein bisschen lauter machen. Ist auch kein Problem. Das ist auch kein Problem entsprechend. Ich hör mich grad selbst im Übrigen. Ich hab mal ganz kurz jetzt nochmal den Stream angeschmissen, um mich selbst mal zu hören. Also, ich kann natürlich so näher kommen. Ist auch kein Problem, ne. Mich stört aber gerade auch, oh man, die Webcam, ne. Ähm, weil jetzt wieder, weil jetzt wieder so, 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 ne, war die wieder schief. Und dann wieder, oh Gott. Weißt du, ich könnte so machen, aber das Problem ist, der Arm ist zu kurz. Arm ist wirklich viel zu kurz. Ich müsste, ich müsste es so machen. Aber ich, ich mag, ich mag, ich mag es, ich mag es nicht, wenn, oh Gott, Moment. Ähm, so mag ich das im Übrigen eigentlich auch nicht. So könnte ich das eigentlich machen. Ich experimentiere mal am Wochenende. Also, keine Sorge. Ich experimentiere mal, äh, experimentiere. So, also, ich experimentiere mal am Wochenende ein bisschen, um, um das mal so zu machen. Weil ich muss jetzt gerade mal, weil normalerweise ist das Mikrofon hier, hier oben drauf. Ne? Ne? Ja, also, eigentlich ist es, eigentlich ist es ja, macht es nicht besser. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen. Also, ähm, ich hab, ich hab schon, wie gesagt, ich hab so Probleme mit, mit dem Ton und so weiter. Ich meine, ich arbeite schon wochenlang da dran. Ich will jetzt nicht herummeckern oder so. Ich will mich auch nicht rechtfertigen. Ich hab da auch schon keine Lust drauf. Deswegen, ich will jetzt Feierabend machen. Weil ich muss sowieso jetzt noch wieder, wieder die Scheiße hier mit der Kamera einstellen. Ähm, äh, deswegen alles gut. Alles gut. Gut, ich weiß, ich weiß, ihr wollt das Beste für mich. Aber ich muss improvisieren bei der ganzen Geschichte. Weil ich halt auch nicht so viel Cola habe. Ne? Und, ähm, das ist halt geradewegs das Problem. Außerdem hat mich sowieso schon Zeit und Geld, was, was diese Scheiße hier mit den, mit den, ähm, Monitorhalterungen. Ähm, ist egal. Ich will darüber jetzt nicht im Stream reden. Auf keinen Fall. Ich will mir auch nicht auskotzen oder so. Warum hab ich durchgehend die Hilfeseite von Oprah auf? Ich weiß auch nicht. Ne? Ist aber alles gut. Ich meine, es ist nicht böse. Das hat Kohle mit dem Mikrofon näher zu dir zu tun. Nein. Ich meine, äh, um den Ton zu verbessern. Ich mag's halt nicht so, wenn das Mikrofon so nah dran ist. Weil das, der Arm ist zu kurz. Der Arm ist zu kurz. Der Tisch ist zu lang. Ich hab schon mein, mein altes Mikrofon. Also, komm. Ich werd das jetzt nicht im Stream ausdiskutieren. Ich hab da so keinen Bock drauf. Sorry, dass es jetzt so böse klingt. Aber ich hab da grad gleich keine Lust drauf. Außerdem, ich bin jetzt erstmal ruhig. Ich bin jetzt erstmal ruhig. Weil wenn ich mich jetzt hier wieder aufrege, dann, äh, ich merk's schon wieder. Ich merk's schon wieder. Ich hab, wie gesagt... Ja, ich weiß. Alles gut, Sephra. Ich weiß. Alles gut. Ich weiß, dass du es nett meinst. Ähm, ist alles gut. Aber im Moment sind es grad andere Dinge, die mir, die mir grad ein bisschen, sagen wir mal, wichtiger sind. Ich meine die Webcams zum Beispiel. Es, äh, ja. Deswegen sag ich ja, ich mach das am Wochenende. Ich mach's nicht live. Ich mach's am Wochenende. Das stream ich nicht. Deswegen bin ich am Wochenende nicht live. Vielleicht spontan. Das wollte ich nämlich gerade sagen. So. Ich schwitze wieder. Man merkt, ich bin wieder etwas, äh, ja, Dingsbums. Aber was soll's. So. Wohin raid ich? Ich mach grad echt nicht meine... Warum, warum war das heute den ganzen Abend... Guck mal, jetzt ist es wieder gerade, ne? Och Gott. Guck mal, jetzt, jetzt passt's wieder. Ich glaub, das muss ich jetzt mal irgendwie gleich richtig befestigen. So, ähm, genau. Wo raid ich hin? Ähm... Ach komm, hier. Schnucki testet gerade ein neues Jackbox aus. Ähm, Survey Scramble. Okay. Sieht interessant aus. Ja, warum... Why not? Ne? Upsa. Dein Browser ist während der Videokodierung ein Fehler aufgetreten. Ey, was ist diese... Gut, ich bin zumindest froh, dass diese Woche, wie gesagt, mit Stream und so... Ich werd das alles am Wochenende erst mal in Ruhe machen, ne? So. So. Ich mein's jetzt nicht so böse zu allem, ne? Und so. Ich bin grad nur halt... Ich hab grad andere Dinge in dieser Woche mich so ein bisschen, sagen wir mal, kräftemäßig. So ein bisschen. Ich weiß, man kann das mit dem Mikrofon, aber... Ja. Nun gut. So. Wünsch euch jetzt noch ne gute Nacht. Es geht rüber zum Schnucki. Bleibt er noch da. Och meine Güte. Was ist denn schon wieder los? Alter, Technik macht heute wieder, was es will. Also ich mach jetzt Feierabend. Komm, bevor hier gleich noch irgendwie... Ich noch irgendwie was mache. So. Schönen Abend euch noch. Gute Nacht. Haut's rein. Tschüss. Tschüss.